So meine lieben Freunde, Cinemanuel ist zurück, Cinemanuel der Hochstapler und heute gibt es mal wieder einen Stapel Filme zu gewinnen für euch. Diese Blu-rays inklusive zwei Steelbooks warten auf ein neues Zuhause. Ihr müsst nichts weiteres tun als die Editionen zählen, die ich hier in die Kamera halten werde. Und dabei gibt es jetzt keine irgendwelchen Tricks, also wenn hier auf einer Blu-ray zwei oder drei Filme drauf sind, dann zählt das als eine Edition. Solltet ihr also hier 100 Editionen zählen, dann schreibt ihr das in die Kommentare rein mit einem Hashtag vorne dran, Hashtag 100 und dann habt ihr es. Ich denke mal, das war verständlich und wir beginnen hier mit einem richtig coolen Steelbook. Das hat der gute Sebastian beigesteuert. Sebastian, bei ihm bin ich gewesen, als ich sein Heimkino bewundern durfte. Ich habe vielleicht das Video gesehen und der war jetzt bei mir zu Besuch und hat mir auch was mitgebracht. Besser gesagt für euch, Battleship auf Blu-ray im Steelbook mit Prägung. Ein richtig, richtig schickes Teil. Also herzlichen Dank an dich und Grüße gehen raus. Dann haben wir noch hier die Mumie auf Blu-ray in einem Quer-Steelbook. So schaut das Ganze aus. Auch sehr cooler Film. Weiter geht es mit Bram Stoker's Dracula. Den habe ich jetzt hier noch bei mir aussortiert, weil ich den in so vielen Editionen habe. Da brauche ich jetzt die Emery nicht. Ich habe Steelbook und meine eigene Sargedition und natürlich auch mein Buch Leatherbook, was ich mir habe machen lassen. Und da ist das okay, da kann das weg. Dann haben wir Zombeber hier. Auch zuletzt beigesteuert vom Dennis. Wenn ich mich richtig entsinne, falls ich irgendwas vertausche von den Namen her, tut es mir leid. Ihr wisst, dass ich und Namen, oh Gott. Aber passt perfekt zum Sommer. Dann haben wir hier noch Navy Seals. Das passt natürlich ganz gut zu Top Gun mit Charlie Sheen und Michael Bean. Charlie Sheen und Michael Bean. Das passt ganz gut. Dann haben wir noch das Belko Experiment. Außerdem haben wir hier noch OVP Edward mit den Scherenhänden. Natürlich geht mein Dank und Gruß raus an alle, die hier was beigesteuert haben. Ich habe von sämtlichen Mystery-Paketen von der Community für die Community die Blu-rays hier nochmal gesammelt. Nachdem ja einige themenbedingte Gewinnspiele schon stattgefunden haben, habe ich mir gedacht, komm, jetzt hauen wir mal die restlichen Blu-rays hier raus. Dann haben wir noch Der Sternwanderer hier. Sehr schön. Dann haben wir noch Exodus, Götter und Könige. Auch ein richtig klasse Film. Also hier sind schon ein paar richtig tolle Filme mit dabei. Dann haben wir Twelve Strong mit Chris Hemsworth hier. Des Weiteren haben wir noch Fast and Furious 8, auch von Sebastian noch beigesteuert. Sehr schön. Dann haben wir noch Stirb langsam, ein guter Tag zum Sterben im Extended Cut. Start, da ging es dann schon gut bergab mit der Karriere von Bruce, leider schade. Und dann haben wir noch Krieg der Welten hier am Start. Dann machen wir einen neuen Stapel, Fight Club 2 haben wir hier. Dann haben wir noch Fight City of Darkness in 3D, alles noch OVP. Dann haben wir noch V-Aftermath, auch noch OVP hier. Außerdem haben wir noch Flatliners. So, der Tisch knarzt irgendwie. Reine Nervensache, genau. Sehr geiler Streifen. Sehr tolle Komödie. Gibt ja zwei Teile. Ist es das Double Pack? Ne, ist nur der erste Teil, aber auch der absolut großartig. Dann haben wir Django mit Franco Nero. Für alle Western-Fans. Dann haben wir noch Zwillinge. Twins hier. Sehr coole Komödie mit Schwarzenegger und Danny DeVito. Soll ja eine Fortsetzung kommen. Ob das wirklich dann mit Eddie Murphy stattfindet oder nicht, werden wir sehen. Bill und Ted's Verrückte Reise haben wir dann noch hier. Außerdem Nachts im Museum. Dann haben wir noch hier ein ausgekochtes Schlitzohr. Wunderbar. Außerdem haben wir noch The King of Staten Island. Man of Steel haben wir dann hier. Ebenfalls noch. Dann haben wir, wenn du stirbst, er zieht dein ganzes Leben an dir vorbei. So, wunderbar. Dann haben wir noch Hulk. Das ist der mit Eric Benner. Ich glaube schon, ne? Steht da was drauf. Außer er hat den Comic-Helden-Story. Boah, Mann, sonst schreiben die doch auch immer alles hin, oder? Marvel Studios. Eric Benner. Jawohl, mein Gott. Ganz klein. Also diese Credits-Schrift hier hinten drauf, die kann doch sonst auch kein Mensch lesen, oder? Dann, Ferris macht blau. Passt ja perfekt zum Sommer. Auf geht's in die Sommerferien. Yeah. Und, ja, nochmal was zum Thema blau machen. Nämlich die Blues Brothers. Wobei, Blues, ja, Blu-Ray, Blue, Blues, Blue Switch. Dann haben wir Jack Nicholson und Faye Dunaway in Chinatown. Sehr nice. Und zu guter Letzt das Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock. Jo, also meine Freunde, das wär's. Das müsst ihr jetzt gezählt haben. War jetzt irgendwie auch kein Film dabei, wo zwei Teile mit drauf waren. Das passt einfach. Wie viele Editionen habe ich jetzt hier in die Kamera gehalten? Schreibt mir das inklusive Hashtag unten in die Kommentare rein. Und schon seid ihr dabei. In diesem Sinne, danke nochmal an alle, die hier was beigesteuert haben. Danke fürs Zugucken. Auf bald, meine Freunde. Und Servus.